So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Princess Remedy in a World of Hurt, mittlerweile Folge 3. Wir sind immer noch auf diesem Meteoriten hier und versuchen diese zwei Gestalten zu heilen. Versuchten wir nochmal Ittl. Die sind, genau, mit ihrem Floß gecrashed und leiden jetzt an einer... Naja, sie haben halt zu wenig Floße und daran leiden sie. Okay. Wir haben ja letzte Folge gelernt, Remedy hilft bei jedem Problem. Juhu, denn wir können einfach alles. Ich möchte die... Nein, ich wollte die Sonne nicht befreien. Nein, das ist genau, was ich nicht wollte. Hilfe, oh mein Gott. Ja, genau, das wollte ich nicht. Okay, dann eben nochmal. Mist, nicht getroffen werden, Remedy. Nicht darauf schießen wollen, ach. Was macht den weg, denn der ist ja nervig. Auch wenn der eigentlich nur so stationär... Oh, shit. Ja, so viel zum Thema, nicht die Sonnen befreien. Ach, come on. Wir versuchen erstmal seinen Kumpel hier. Tipps sie. P-p-p-p-p-p-potions! Okay, ich denke mal, wir sollen eine Potion werfen. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Wir sind fast tot. Achso, es hat doch... Doch, es hat schon was gebracht. Können wir vielleicht bei Ittl auch irgendwas mit Potions reißen? Oh, guck, was ist denn das für ein Tier? Sieht aus wie so ein Fuchs. Star Fox. Ja, versuchen wir es mal mit einer Potion. Nee, damit befreien wir sie nur. Ach nee, doch, guck mal. Die sind viel einfacher daumen. What the fuck? Also nicht, dass ich mich beschwere, aber... Warum? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Ja, und dann die zwei noch. Hau schön! Hahaha. Hahaha. Hahaha, geschafft. Und jetzt müssten wir doch... Jawohl, 40 Herzen haben wir. Die haben wir auch allen geholfen. Dann gehen wir mal hier links. Eine Kiste und ein Schloss. Wir gehen zur Kiste. Oh nee, das ist ein einsames Haus. Oh. Mit Kisten, aber. Durch die wir Herzen und Flaschen kriegen. Und dir helfen wir natürlich. Oh. Auch die Namen, das finde ich so cool. Es ist eben irgendein Mädchen. I wish I had friends. Wir können dein Freund sein, Mädchen. Lass uns Freunde sein. Okay, ich verstehe, warum sie keine Freunde hat. Wenn sie so alle begrüßt, die ihre Freunde sein möchten. Na ja, dann muss sie sich eigentlich tatsächlich nicht wundern. Das ist jetzt nicht die netteste Begrüßung. Aber wir werden trotzdem ihre beste Freundin. Komm schon. Ja, die Kraft der Freundschaft. Tanzen, tanzen, tanzen. Dann gehen wir jetzt in dieses Schloss. Crystal Palace. Okay, eine Truhe. Durch die wir ein Herzchen kriegen. Wie viele brauchen wir eigentlich? Wie viele haben wir? 43. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ja, jetzt haben wir vier Schüsse schon. Und den Schlüssel für das schwarze Loch. Super. Ist hier jemand? Ja, hier ist E.T. Okay, nein. Er heißt Easy. Ach komm, das ist doch extra. Und er ist sich nicht sicher, ob er krank ist oder nicht. Na ja, ich finde, du siehst sehr krank aus. Mein lieber Easy. Oder Easy oder... Nee, ich nenne ihn Easy. Einfach, weil ich die E.T. Anspielung witzig finde. Mir egal, wer eigentlich heißt. Ah, aber er tötet uns. Okay, komm schon. Gibt's hier nicht irgendwie so einen Safe-Spot, an den wir uns stellen können, wo wir uns nicht treffen? Hier auf jeden Fall nicht. Komm schon, Remedy. Wir schaffen das. Wir müssen E.T. helfen. Er muss doch noch telefonieren. Jawohl. Ach, guckst du, wie süß. Oh mein Gott. Und hier ist blauer E.T. Palle. Wir haben Paluten gefunden. Die Welt ist verrückt. Was mache ich? Ach Gott. Ja, was du machst, weiß ich nicht. Aber bitte bleib weg von uns. Bitte bleib weg von uns, Palle. Ich meine, ich mag dich und du machst mega coole Videos, aber bitte bleib weg. Okay, jetzt sind hier diese hier oben noch. Komm. Ach ja, da habe ich schon einen Titel. Paluten? Fragezeichen. So, hier gibt es anscheinend noch einen zweiten Stock. Ja, Crystal Palace 2F. Und Regenbögen. Ach, der kann man bestimmt auch helfen, ne? Christ. Der sich eine, ein Schnupfen eingefangen hat. Ach, das geht mir ganz ähnlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir gucken mal, wem man sonst noch helfen kann. Ein Herzchen. Ach, wir können sprinten. Wenn ich Leertaste gedrückt halte, sprintet sie. Okay, eine neue Flask. Sind das die Throne? Warum liegst denn du hier vor dem Thron? Ach, du hast... Oh, so much snack food. Hat sich überfressen. Und darum kannst du jetzt nicht mehr auf deinen Thron? Das ist aber traurig. Oh mein Gott. Da ist man ja voll eingesperrt. Was macht man denn da? Flasche! Hab nix gebracht. Nein. Aua! Lass mich! Lass mich! Bitte lass mich! Lass mich in Ruhe! Och, geschafft! Oh, mit seinem Schild und dem Schwert. Ich vergesse immer, dass wir nachher auch noch mit denen reden sollten. Thank you. So, you've come to heal the prince? Yeah. He's in the royal castle in the royal valley. Das ist also im königlichen Schloss, im königlichen Tal. Viel Glück wünscht uns der Aaron. Und hier. Deine Grippe kriegen wir auch noch down. Das wäre ja eine Schande, wenn nicht... Okay. Wenn sie so einzeln hier rauskommen, ist das okay. Es ist einfach sehr mühsam, wenn alle auf Eimer kommen. So wie jetzt. Shit. Das war dumm. Das war sehr dumm. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich ja auch sprinten. Aber Leertaste wirft dir einfach eine Potion. Okay, aber wir haben uns ganz gut wieder hochgeheilt. Komm schon. Remedy, du musst doch den Prinzen finden. Und ihn heilen. Jawohl. Oh. I thank you, Ceturian Healing Princess. Ja, gern geschehen. You're out healing the land, then? Very good. Ja, wir heilen das ganze Land. Das hast du richtig erkannt, lieber. Herist. Oder wie auch immer du heißt. Hier können wir nicht durch. Zu dem Mond. Irgendwo vielleicht. Irgendwo. Vielleicht hier. Äh. Äh. Nee. Na gut. Wie viele Herzen haben wir? 48? Ich glaube, das reicht. Ich glaube, wir brauchen 48 für das nächste. Und hier im schwarzen Loch haben wir... Nein, da wollte ich gar nicht rein. Haben wir ja jetzt alles erledigt. Wir können hier noch freischließen für den Warp-Raum. Ach, 45 sogar nur. Oh, easy. Sind wir im Norden. Und wie wir wissen, The North remembers. In einer schwarzen Festung. Haben wir stärkere Schüsse gekriegt. Gleich das erstes. Ist das ein Drache? Ein Gesicht. I laughed so hard it made my face hurt. Das kenne ich. Wenn man so heftig lachen muss, dass einem danach das Gesicht wehtut, dann war es, äh, ein guter Tag. Finde ich. Weiß nicht. Hm. Wir müssen mal ein bisschen mehr mit unseren Potions auch werfen, ne? Wenn wir die schon haben. Was sagst du jetzt? I can laugh again. Thanks. Oh, wir haben ihn wieder zum Lachen gebracht. Ein Herzchen gefunden. Ach so, ich dachte, vielleicht können wir dir auch helfen. Dir vielleicht? Nein. Was hast du für ein Problemchen? Mab. Ha. Hat all sein Geld beim Glücksspiel verloren. Ach, du Armer. Okay. Ah, ausweichen. Was schießen wir denn? Einfach Glitter? Ich mein, es hilft bestimmt, aber die Spritzen und die Pillen haben irgendwie mehr Sinn gemacht, ne? Aua. Remedy, pass mal auf. Ne? Bist ja fast schon wie Alice. Komm. Nicht reingehen, nur wegschießen. Hier noch. Komm schon, du grüner Mülleimer. Mülleimer. Was bist du? Ich weiß nicht, aber lass mich dich heilen. Und was sagst du jetzt? Now I'm rich. Yay. Das ist doch schön. Haben wir jemanden reich gemacht? Hier noch eine Kiste mit einem Herz. Dann würde ich sagen, gehen wir in der nächsten Folge in den zweiten Stock vom von der schwarzen Festung und beenden diesen Part hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich glaube, das Game geht echt nicht mehr so lange. Was ja auch schön ist, mal so ein kurzes Projekt zu haben. Ja, aber ich würde sagen, wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und tschau zusammen.